zurück finden wir auf meinem kanal mit guter mili 2 für die switch und ja wir machen direkt weiter jetzt mal stehen gelegen jetzt geht es weiter ich kann ja jetzt mal hier das zwischen vorsicht nicht auf meine statue ich wollte dich nicht so anherrschen aber ich arbeite schon seit tagen daran dass das mein meisterwerk eine homage an das gute und gerechte dieser welt es repräsentiert den menschlichen geist der trotz dieser dunklen zeiten umgebrochen bleibt ich wollte okay mal das gleiche mal gut kann man nicht kaputt machen umrällchen da rein wie dumm war das denn doch dazu kommt auf jeden fall darüber Ich hätte gedacht, die Wampe würde dich etwas verlangsamen, aber anscheinend bist du bereit mehr zu lernen. Komm doch rein. Gut. Gehen wir kurz hin. Wir lernen was. Was sagt er uns denn so? Okay, holen wir das Beste aus deinem neuen Dash Punch raus. Okay. Warte mal. 1 2 3. Okay. Dann klappt das nicht. Wie würde das denn funktionieren? Ach so. So. Okay. Okay, nochmal. So. Hä? Ach so. So. Sagst du jetzt? Oh Gott, ist da denn? So. Nun? Ich würde ja sagen, du sollst dich bei deinem Dashboard verziehen, aber ich muss ja noch mehr beibringen. Warte geht's. Hier geht's nicht wirklich weiter. Ah, hier. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Abgefahren. Okay. Ach, jetzt sind wir drin im Tempel. Okay. Hey, komm, speichern dich schon mal nicht schlecht. Hallöchen. Früher habe ich den Obsidian-Tempel, Obsidian-Tempel gemeinsam mit meinem Bruder gepflegt. Doch seit ich tot bin, arbeite ich allein hier. Ich schätze die Sache mit dem Tod war halb so schlimm. Jetzt kann ich die Welt der Toten fegen, wenn mein Bruder die Leben insauber hält. Aber du weißt ja, was man so sauber sagt. Nichts. Niemand weiß mein Bruder nicht zu schätzen. Okay. Ich bin leider noch nicht durch. Da bin ich auch nicht durch, ey. Da kommen wir noch nicht hin. wir haben ja noch gar nicht also kann auch rechts gehen wir längst ich finde irgendwas womit wir die gelben blöcke leicht zu stören können ich spüre die macht des obsidians ja wie nennst du hier eine blöde jahren du solltest du solltest jetzt was ausruhen mir geht's gut das müssen die carnitas von vorhin sein die mir im hals stecken geblieben sind sobald wir das tor zu el otro mundo geöffnet haben kann ich dich nichts mehr aufhalten wir schaffen wir diese kurkommunen was für ein schöner tag um böse zu sein beziehungsweise wir verhindern das los geht's ok alle fähigkeiten nutzen die wir haben und ja auch nicht zu wenig ich muss einmal ich glaube ich wird einmal hier ein bisschen bei den optionen die musik laufstecken das und die effekt laufstecke auch was ist nicht schlimm für euch es kommt mir so wahnsinnig laut vor allem so da können wir schon die nächste waffe würde ich sagen jetzt unsere nächste fähigkeit die rosa 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 del viento so wir waren jetzt schon haben wir auch geschafft also die komme hoch also klar klar immer noch auf eineraldo Peki denn und raus hier wird aber schon haben wir weiter mit dem sprung er braucht auch der doppel sprung für dann kommen wir zu hoch auf jeden fall So Bam Das ist aufs Maul Okay Das ist aufs Maul Was ist das? Was? Uh oh Ready set go Oh 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 So, da bin ich, da, warte, das war zu viel, ist gut, nochmal. So, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Okay, kann ich noch was? Mist. So, feuerdinger, ne? Verdammte Axt. Okay, müssen wir schon sachter vorgehen. Warte, wir haben auch irgendwas, was kann man kaufen, was kann man da kaufen? Ausdauer reagiert sich schneller, das ist natürlich gut. Das nehmen wir mal mit. Hör? Bin ich kaufen hier drin? Da. Achso, ich kann das gar nicht kaufen, ich kann das hier kaufen. Lebensstab, ergebnis zu töten, gewährt mehr Gesundheit. Da haben wir auch. Okay. 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 weißt du was gehen Oh, gibt's doch gar nicht. Oh, heieiei, die sind ja gar nicht so leicht hier. Können wir noch mehr kaufen, das kann ich noch kaufen. Achso. Muss ich mal wieder neu machen, weil hier vom vollen Anfang, okay. 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 genau rein aber warum brauche ich denn da reinziehen? da war ich behindert da war so ein ach man okay jetzt noch mal das letzte mal ja 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 Ich muss noch ein bisschen schweben, oder? Ich muss noch ein bisschen schweben, oder? Ich komme wieder runter. Achso, okay. Ich muss noch ein bisschen schweben, okay. Gehen wir hin. Ah ne, ich kriege das auch nicht hin. Oh nein. Warte. Heiei! 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 Alter! Heiei! 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 Heie! Heiei! 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 Okay. Zauber! Oh, geht auch ein bisschen hoch? Speichelt! Okay, muss ich nicht alles ganz wunderbar gehen, oder? Ach, scheiße! Oh nein! Haha! Oh mein Gott! Okay. Oh! Oh! Missed! Okay, ja. Wie dumm war das denn? Beim letzten hier, ne? Das war ein Blut. Oh, das war's. Das war's. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Letztes Mal hier. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch gar nicht. Das ist doch gar nicht. Das ist doch gewesen, oder? Gott sei Dank. Mist. Wer ist was denn da? So hoch. Wir kommen trotzdem nicht weiter. Hier kriegen wir glaube ich neue Power, oder? Das sollte es doch gewesen sein. Hm. Kommt nichts, hallo? Ist doch verrückt. Ui Chebo? K.O. Headbutt. Das wird das Ding, das mit dem gelben sein, ne? Warte. Warte, wo war's? Easy. Ein Schlag machen. Okay. 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 Oh. Okay. 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 Ich muss langsam überlegen. Es gibt so viele Moves, die jetzt kommen. in die ganze Zeit. Alles funktioniert. Ah, okay. Da waren wir schon. Warte. Megatür. Megatür. Wo? Ach Mist. Ich dachte, ich könnte drücken, aber kann ich nicht. Das gehört dazu. Ich fliege einfach weg. Wo fliege ich hin? Ach so. Jetzt kann ich da drüben wieder aufmachen. Ah, okay. Clever. Jetzt hier war der. Cool. Oh. Da ist der Tänzer. Der Tänzer. Der Tänzer. Der Tänzermann. Okay. Dieser goldene Stein war nur ein Stein. Und Jaguar Jave hat also jetzt die Yada-Reliquie. Ich sehe wie ein Vollidiot ausgetrudelt. Nein, es stimmt. Mädels, wie ihr wisst, ist Salvador immer noch wütend und will uns nicht sehen. Deswegen müssen wir uns reinschleichen und die obsidianen-Reliquie finden, bevor ein anderer was merkt. Ich brauche eure Hilfe, um das zu schaffen und etwas Magie. Oh. Na gut. Da kommen wir auf jeden Fall nicht längs, aber hier kommen wir wieder runter. Acht. Ui! 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 Das ist Home. Antrag. das war es? ok achso jetzt auch so ein riesen Viech weichern wir sind auf der anderen Seite, ne? waren wir hier nicht schon mal? genau, jetzt können wir vielleicht links ja weiter kommen pass mal wir wollen immer noch nicht links fliegen soll das denn gehen? da sind ja keine Pfeile ok 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 oh geht weiter? ok 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 das wird schwierig nein wird gar nicht schwierig, aber ich bin einfach so dumm ich bin fast da gewesen ich bin fast da gewesen na gut nochmal ich bin fast da gewesen na gut nochmal oh 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 ich muss echt diese Fingerfertigkeit, die man teilweise haben muss super oh uiuiuiui oh nein war der? hier? kommt noch mal oh alter das ging gar nicht klar oh man oh 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 mein, da kommt noch mal rein, da kommt noch rein. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo es da hinten weiter geht, weil ich jetzt wissen will, was das hier ist. Ach du Scheiße. Ah okay, gut, das ist Sonne. Alter, ich kann gar nicht gucken, dass ich ganz gerne reinfalle. Das war jetzt doch gar nicht so schwer, ich hätte gedacht, es dauert jetzt länger hier. Aber egal. So, hier speichern wir und hören wir auf und am nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie weit dieser Tempel noch geht. Wie weit ihr? Bis zum nächsten Mal. Absicht nach. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.